Hallo, ich bin auch endlich mal wieder in Flightpilot, ähm, ja, ich komme gleich zum Spiel, ähm, dauert wieder ewig, ich habe meine tägliche Belohnung hier, oh, ich habe 50.000 Münzen gekriegt, voll viel, Ironie. So, ähm, ihr wisst ja, ich muss 2.500.000 haben, habe aber erst 1.776.443, ähm, ich fliege jetzt mit diesem Flugzeug hier, scheint sehr schwer fliegbar zu sein, ich werde es einfach mal probieren, aber immerhin hat es 300, so, damit kann ich ziemlich viele Personenmissionen annehmen, Personenmissionen, auch nicht schlecht. Es geht los, nach der Ton. Mist, ich habe vergessen den Ton anzuschalten. Äh, wartet kurz. Zurück, Einstellungen, Audio, Musik, Aus, Fliegen, Bisschen leiser, Freiflug, dieses Flugzeug, genau. Jetzt geht's los. Puh, der ist aber ziemlich, naja, wie soll ich sagen, schwer zu handhaben, wenn ich's mal so nenne. Ziemlich langsam auch, klar, ist ja auch ziemlich groß. Oh, 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 ich will über den Berg drüber kommen, ich weiß es ja nicht. Aber bestimmt. So wie's gerade aussieht, komm ich drüber. Genau, senkrecht in die Höhe vor allem. Okay, nee, nicht ganz senkrecht, aber fast. Ja, aber ich schaff's. Ich hoffe, ihr hört. Ja, das kann ich halt schlecht einschätzen, wie laut ihr das Flugzeug und wie laut ihr meine Stimme hört, weil, wie schon gesagt, ich, ähm, ja, bei mir sind die Lautsprecher eben genau neben dem Mikrofon am Handy. Das ist halt vielleicht nicht so schlau. Ja, ich weiß nicht. Ach so, das ist ja gar nicht der Flughafen, in dem ich landen muss. Ach, schade. Ich muss ja da hinten auf dem Flugzeugträger landen. Ich hasse Flugzeugträger. Es dauert immer ewig, bis ich's dort schaffe zu landen, vor allem mit so ner großen Maschine wird es schwer. Mit so ner großen Maschine ist das immer ziemlich schwer, an einem Flugzeugträger zu landen, weil der nicht lang genug ist. Puh. Ja, ich glaub, das wird nix. Ei, ei, ei. Nein, 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 nein. Soll denn das, wieso schaukelt das so? Hilfe. Ich bin ja viel zu schnell. Nee, das wird nix mit dem Landen. Das wird nix. Kaputt. Ich hab's genau gewusst. Das wird nix mit dem Landen. Ah, ich mag aber in einem Passagierflughafen landen. Weil ich nämlich Passagiere haben will, weil die Maschine hier ziemlich groß ist. Ist ja eigentlich verständlich, dass ich dann Passagiere fliegen will, wenn ich ne so große Maschine eh hab. Ah, der Vorhinein ist jetzt noch ein neuer aufgetaucht. Ah, Moment. Na, an dem, das ist jetzt auch einer. Zack. Da kann ich landen jetzt. Vielleicht schaff ich's sogar. Nee, das schaff ich auch nicht. Der hätte ich wohl woanders kommen müssen. Aber ich kann's ja wenigstens mal versuchen. Probieren geht's schließlich über Studieren. Ach, komm schon. Beruhig dich. Warum wackelst du denn so in der Luft rum, du blödes Flugzeug? Was ist das hier für ein Loser-Flugzeug? Ah. Und das, dass ich mir von den 2.500.000 kaufen werd, das ist wohl auch nicht weniger Loser. Hä? Einen Moment. Ist das jetzt der Flughafen? Ja, müsste es sein. Nein. Richtig landen. Richtig schön gerade landen. Nee, schön gerade. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich hab's genau gewusst. Ach. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich werde jetzt versuchen, noch mal weiter auszuholen. Um dann vielleicht besser dort landen zu können. Ach. Vergess es hier. Das kann ich echt vergessen. Bis ich es schaffe, dort zu landen, ist wahrscheinlich die Mission schon wieder weg. Wenn ein anderer Flieger mir die weggeschnappt hat, gibt's auch noch ein paar, die vom Handy gesteuert werden. Jetzt hab ich's in eine bessere Position gebracht, das Ding. Ja, das wird so nichts, habe ich den Eindruck. Der will irgendwie nicht mehr richtig, der geht nur weiter nach unten und ich glaub, der schreibt's nicht. Ich lande zwar jetzt neben der Landebahn, aber das macht dem nix aus. Ja, super. So landet man. So gehört sich das mit einer Landung. Genau. Genau. Korrekt gelandet. 223. Oh, das gibt viel Geld. Das ist doch gut. So. Das ist in genau die andere Richtung. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Das Flugzeug ist zwar nicht voll besetzt, aber das muss es ja auch nicht sein. Ich mein, in Zeiten Corona, da können ja auch keine 300 Passagiere in ein Flugzeug. Also ich mein, in so ein Flugzeug war eigentlich 300 reinpassen, was ist da mit 1,50 Abstand? Also, pfff. Das geht ja mal gar nicht hier. Also. Ich weiß zwar nicht, ob gerade überhaupt Flugzeuge fliegen dürfen, aber wenn, dann wahrscheinlich nur mit großem Abstand und mit Maske, Ewigkeiten mit Maske im Flugzeug hocken. Aber ich glaub, gerade dürfen gar keine Flugzeuge fliegen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaub, nein. Oder ich glaub, sie dürfen es nicht. Wenn ich Glück hab, ist das da unten Flughafen, wo ich landen muss. Bestimmt. Ja, das ist es. Da ist mein Zielflughafen. Ich hab vergessen, ins Fahrwerk einzufahren. Weihbehandel. Jetzt brauch ich es ja eh wieder. Jetzt brauch ich es ja eh wieder. Ja, jetzt wird gelandet und dann sind die Passagiere weg und dann ist alles gut und krieg ich mein Geld. Und dann hat sich's... Oh, oh, oh! Ja, korrekt aufgesetzt. Bisschen schaukelig, bisschen wackelig aufgesetzt, aber in Ordnung. Boah, der hat echt einen langen Bremsweg. So, Mission abgeschlossen. Na, ich hoffe, der Platz reicht jetzt auch noch, um zu starten. Ich glaub's ja kaum. Oh, er hat gereicht, grad so. Das war jetzt aber schon lustig. Ab zum nächsten Flughafen. So. Und wo muss ich da kommen? Oh, 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 das könnte schwer werden. Ich glaub, das wird nicht so leicht. Und vor allem das Bremsen. Ich glaub, ja, ich kann die Flugzeugträger wirklich nicht leiten. Das ist echt blöd. Auf denen kann ich nicht landen. Mit Flugzeugträger kann ich nicht wirklich was anfangen. Tja. Jeder hat seine Schwächen. D. Tja. Dann lande ich jetzt nochmal an dem, an dem Bind. Dann habe ich ja auch gerade gestartet. Ich finde es blöd, dass wenn man gelandet ist, dass man dann nicht gleich dort die nächste Mission annehmen kann. Das finde ich echt blöd. Dass man dann erst mal starten und dann wieder dort landen muss. Unnötig. Richtig unnötig. Unnötig, tick, tick. Ach, komm schon. Komm schon. Das letzte Mal bin ich dort aber besser gelandet. Ja, das letzte Mal bin ich dort eindeutig besser gelandet. Komm, zieh schnell runter. Ja, runter, runter. Weiter runter, genau. Ich muss dort möglichst flach aufkommen. Oh nein, ich glaube, das war zu weit unten. Ja, das war zu weit unten. Das war eindeutig zu weit unten. Komm schon, jetzt lande doch gescheit. Tu es mir zuliebe, du Flugzeug. Bitte. Okay, du Flugzeug, ich kann dich nicht leiden, du kannst mich nicht leiden. Lande jetzt einfach dort und dann ist alles gut, okay? Bitte tu es mir zuliebe. Ich kann dich genauso wenig leiden, du Flugzeug, wie du mich. Ich bin wahrscheinlich auch ein miserabler Pilot. Wird es heute noch mit dem Bremsen? Das dauert ja Stunden. Sehr bitter. Wow, 144 Beiseite. Toll, Applaus, Applaus. Aber es gibt am meisten Money. Das schaffe ich, glaube ich, kaum zu starten. Nein, das habe ich nicht geschafft. Aber okay, dafür bin ich jetzt in der Luft. Einfach am letzten Kontrollpunkt gestartet und ich habe trotzdem meine Mission noch. Das musste ich gar nicht starten. Auch nicht schlecht. Okay. Man sollte auf dem Radar wirklich sehen, von welcher Richtung man landen muss. Das ist nämlich wirklich unpraktisch, dass manche Flughäfen so gedreht sind, dass man da nicht richtig landen kann. Das ist halt schon unpraktisch. Ja. 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 Genau. Ja. Ja. So, das ist der Flug. Oh, oder? Nee, das ist nicht der. Doch, der kommt in eine Richtung hin. Ja, das ist er. Puh, kompliziert, kompliziert. Immerhin gibt's Geld, wenn ich durch die Heißluftballons durchfliege. Das ergibt zwar keinen Sinn, weil eigentlich müsste es dann ja Geld abzugeben, weil schließlich ist das, glaube ich, nicht so gut, wenn man ein echtes macht, aber okay, ist ja nicht echt, ist ja nur ein Spiel. Ach, jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Scheiße. War ich etwa nicht mehr schnell genug? Aber nicht. Oh, oh. Ob ich es jemals schaffe, dort zu landen? Mit diesem Flugzeug? Nein! Scheiße! Mist. Und ich hatte schon aufgesetzt. Und dann ist es noch explodiert. Das ist echt fies. Also, ich glaube, in echt ist es leichter, so ein Flugzeug zu fliegen. Natürlich weiß ich das nicht, aber ich glaube es schon. Ich meine, sonst würden ja viel öfter Flugzeuge explodieren. Och, jetzt reicht es mir aber langsam. Ich will dort jetzt landen. Und nicht die ganze Zeit abkacken. Ach, Mann. Scheiß doch drauf. Jetzt, Sturzflug. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ja, 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 ja. Ja, nein! Das gibt's doch nicht. Ist es mein Schicksal, oder was, dass ich es niemals schaffe, hier zu landen? Mit diesem komischen Flugzeug hier. Blöder Vogel. Hätte ich lieber das andere Flugzeug genommen. Es gehen auch 144 Passagiere rein. Mit das andere und mit dem anderen habe ich es schon erfolgreich geschafft, hier zu landen. Dieses Flugzeug hier ist viel zu unhandlich. Unhandlich. Ja, klar. Immer explodiert es. Als würde auch dann das ganze Flugzeug explodieren, wenn ich mit dem Flügel aufkomme. Ist klar. Ergibt Sinn. Ergibt voll viel Sinn. Das ganze Flugzeug auf einmal, in einer Sekunde wäre das dann ja auch ganz schwarz. ist klar. Die Realität ist ja so, das ist ja so realitätsnah, dieses Spiel. So realitätsnah. Schon wieder explodiert. Das gibt es doch nicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, klar. Jetzt dreht sich auch noch der Bildschirm rum. Ist klar. Dabei habe ich doch den Bildschirm so eingestellt, dass er sich nicht rumdreht. Scheißdreck. Ja, jetzt haut er hier vielleicht einen Felsen an oder was. Nee. Ja, ich schaffe es wieder nicht zu landen. Ich kann da gar nicht richtig aufkommen. Das ist unmöglich. Ach, halt das Maul-Scheiß-Ding. Mir wird es langsam zu blöd. Ja, diesmal kann ich es ja nicht mehr schaffen, hier zu landen. Soll der Schwachsinn jetzt. Wer denn jetzt werde ich es schaffen, hier zu landen? Nee, werde ich nicht. Alter, das ist unrealistisch wie noch. Unrealistisch. Ich empfehle euch, dieses Spiel nicht herunterzuladen. Nicht. Das ergibt keinen Sinn. Diese Steuerung ist bekloppt. Ja, klar. Wie soll man da landen? Es ist unmöglich. Neu start. Dann kriege ich halt das Geld für die Mission nicht. Das finde ich einfach nur unverschämt. Kann man ja gar nicht landen. Ist doch unmöglich. Mit diesem Scheiß-Flugzeug kann man da nicht landen. Den will ich sehen. Der es schafft, mit diesem Flugzeug irgendwo zu landen. An, oder nee, an diesem Flughafen zu landen. Ich meine, ich habe es ja selber geschafft, dort an einem Flughafen zu landen. Dort habe ich es nicht geschafft zu landen, mit diesem Flugzeug. Ich will die Person mal sehen, die es schafft, dort zu landen, mit diesem Flugzeug. Diese Person wird es nicht geben. Ich will die Person mal sehen, die es schafft, dort an einem Flughafen zu landen, mit dem Flughafen zu landen. Auch ne, wieder ein Flugzeugträger, ich glaube es nicht. Puh, das Video ist jetzt schon ganz schön lang. Puh, das ist wirklich lang. Ich hoffe, der Speicherplatz dafür reicht. Och, komm schon, lande bitte richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Flugzeug kann mich nicht leiden. Ich meine, zu Recht, ich kann das Flugzeug ja auch nicht leiden. Das Flugzeug kann mich nicht leiden, ich kann das Flugzeug nicht leiden. Ist doch perfekt. Ja, klar. Ergibt Sinn. Ich konnte nicht hochziehen. Es ging nicht. Diese Steuerung ist scheiße. Ach. Ich bin nicht. Bis zu meinem nächsten Video bei AlexoXY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen.